Du hast noch kein World of Tanks gespielt? Du verschwendest dein Leben. In World of Tanks kannst du nämlich aus der Fahrt feuern, aus dem Stand feuern, aus dem Flug feuern, Kürbisse überfahren, Privatbesitz zerstören, parken wo du willst, Türme in die Luft jagen, Gegner rammen, Gegner ertränken, auf Gegner fallen, den Sonnenuntergang bewundern. Das Schlachtfeld ist dein Spielplatz. Kostenlos spielen auf panzer.de Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend, Tag oder welche Uhrzeit ihr gerade habt. Ich wurde ja oft gefragt, Alcaramba, von dir sieht man auf YouTube immer weniger, was ist denn los? Es ist so. YouTube selber macht mir keinen Spaß mehr, deswegen bin ich auf Twitch mittlerweile stark zu Hause. Ich streame da fast täglich auch World of Tanks, also wer mich da sehen will, kann das fast täglich tun auf twitch.tv slash Alcaramba. Das ist aber gar nicht der Grund dieses Videos, denn morgen am 25.09. um 20.20.30, da wird es was ganz Besonderes geben. Das Beste, was World of Tanks zu bieten hat, wird morgen an den Start gehen. Das beste Duo, was ihr euch vorstellen könnt, das dynamische Duo, die beiden besten Personen. Grummel himself ist wieder am Start. Merth wird mit mir spielen. Wir haben es auch vor, in der Zukunft etwas häufiger zu machen miteinander. Und meine Wenigkeit, ja, ich habe mich ganz schön über den Klee gelobt, ob das jetzt richtig war oder falsch, das könnt ihr also am 25.09. um 20.20.30 auf twitch.tv slash Alcaramba sehen mit drei R's. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin alles Gute, aber morgen gibt es dicke Panzer-Action. Also, wer dabei sein will, sollte an den Start kommen und wer nicht, selber schuld.